Mit aller geschlossenen Mannschaftsleistung hat Südafrika etwas überraschend Gastgeber Frankreich im Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft aus dem Turnier geworfen. Die Springbox holten einen Rückstand auf und beendeten im Start de France bei Paris die 18-Spieler-andauernde Siegesserie Frankreichs auf heimischem Boden. Angeführt von Antoine Dupont erhöhten die Franzosen in den letzten Minuten des Spiels noch einmal den Druck, doch der Titelverteidiger blieb in der Defensive stabil. Am Ende hieß es 29 zu 28 für Südafrika, das jetzt auf Ex-Weltmeister England trifft, das sich gegen die Fidschi-Inseln in Marseille schwerer tat als erwartet. Endstand 30 zu 24 für England.